Okay, wir könnten hier jetzt dann nochmal rasten, angeblich ist es ja hier noch sicher. Obwohl ihr von allen verfolgt werdet, habt ihr in dieser Nacht etwas Ruhe gefunden. Doch selbst im Traum werdet ihr von jemandem gejagt. Heute Nacht seid ihr das Monster, für das euch jeder hält. Der Kobold, der wie eine Ratte verachtet wird. Der Ogre, der unschuldige Kinder um ihren Schlaf bringt. Der aufgebrachte Mob ist mit seinen Fackeln hinter euch her und zählt euch zu den wilden Tieren, die ihr einst selbst gejagt habt. Zumindest will euch jemand das Glauben machen. Und wieder hört ihr die Stimme. Eine Stimme, die ihre Herkunft jetzt nicht mehr verbirgt. Sie spricht vom Schicksal und von der Natur. Und von Bösen, das einem im Blut liegt. Sie sagt, dass ihr euch niemals vom Mob befreien könnt, das euch wegen eurer Herkunft verfolgt. Mord und Tod fließt durch eure Adern. Und wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, wird euch angeblich grosse Macht zuteil. Ihr könnt die Essenz Baals in euch nicht einfach ignorieren. Doch ihr habt dies nicht ignoriert. Ihr wisst, dass ihr seit jeher versucht habt, das Blut in euren Adern zu bekämpfen. Dolch und Kralle einen Sieg abzuringen. Und letztendlich habt ihr triumphiert. Mit rechtschaffener Willenskraft habt ihr die bösen Kräfte in euch zum Guten gewendet. Was auch immer der Ursprung eures Daseins sein mag, ihr habt euer Wesen selbst geprägt. Mit leeren Drohungen, was die Stimme jedoch nicht weiss, versucht sie, Zweifel in euch zu sehen. Doch in eurem Gewissen können sie keine Wurzeln schlagen. Zu schwach, um euren beharrlichen Blick zu ertragen, verschwindet die Stimme langsam aus euren Gedanken. Eine Warnung entgeht euch jedoch nicht. Sie spricht von anderen, die zuhören werden, wo ihr eure Ohren verschlossen habt. Die das Aufnehmen werden, was ihr abgelehnt habt. Und wieder anderen, die euch den Tod bringen werden. Diese Beschreibung trifft nur auf einen zu. Und ihr wisst mit Sicherheit, dass es sich nur um diesen Mann handeln kann. Er, der euren Untergang geplant und eure Gefährten getäuscht hat. Und der es verdient, dass ihr in seiner gerechten Strafe zuführt. Saravok. Er ist das Unheil, von dem die ganze Schwertküste befreit werden muss. Ihr erwacht mit der Gewissheit darüber, was zu tun ist. Und wer der Vollstrecker sein wird. Ihr selbst. Ja, unser letzter Traum. Und wir haben nochmal göttliche Macht erlangt. Sehr schön. So, Dünner hier. Identifiziert erstmal. Ein Schild Amulett. Dieses Amulett kann durch einen einfachen Befehl oder eine Berührung aktiviert werden. Magiezauber Schild der ersten Stufe. Ist also wertlos. Schon zum Hagen plus eins. Bringt auch nicht sonderlich viel. Heiliger Umhang. Dieser Umhang ist ein heiliges Artefakt der Einwohner des Inseldorfes. Er hatte eher symbolischen Wert als tatsächliche Zauberkraft, da er noch aus der Zeit stammt, als sie ursprünglich auf die Insel kamen. Trotzdem, wir haben noch einen Quest-Gegenstand. Der lag die ganze Zeit hier in dieser Hütte rum. Ja, gut. Das Schiff, was wir hier sehen können, scheint nicht erreichbar zu sein von hier aus. Aber das ist uns jetzt vorläufig egal. Wir haben die Bestien bezwungen. Jetzt sollten wir gucken, dass wir die Aufträge abliefern, die wir angenommen haben. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätshersion. So. Du heizt sie. Ihr habt eine Aufgabe. Du heizt sie. Und ein Quick-Safe. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Dann machen wir uns jetzt alle Ruhe auf den Weg zurück. Die Tollkirche kommt noch zu Kallid. Und wir kommen hoffentlich ohne Zwischenfälle, ohne nochmal mit Wehrwölfen kämpfen zu müssen. Obwohl wir haben ihren Anführer getötet. Also müsste nach der Logik aus dem einen Buch, nicht bald auch als Logbuch, sondern gerade als Rezepten, müsste jetzt damit der Wehrwolfsfluch gebrochen sein. Scheinbar nicht. So, haut sie den Letzten um. Gut. Oder die sind bei Nacht rausgekommen. Also war das wahrscheinlich nicht der Anführer. Gut. Ja. Vielleicht finden wir noch heraus, wer da ein Führer ist. Segenobbe euch, ihr mächtigen Helden. Meine Pflicht ist hier getan. Die Tore werden nun für immer offen stehen. Okay. Sprecht und dann geht. Wir wollen euch nicht hier. Dank sei euch für das Tönen dieser Schrecklichen Bäschen. Um die Wahl zu sagen, habe ich nicht viel von euch gehalten, als ihr ankam. Jetzt muss ich sagen, dass ihr euch, dass ihr euch gut macht im Paar, äh, Dorf. Er wollte wahrscheinlich Paradies sagen, hm? Lahl war dankbar dafür, dass ich Karuk besiegt habe. Ich habe hier viele Freunde gewonnen. Er meinte, dass ich gut ins Dorf passen würde. Okay. Ihr seid zurückgekommen. Und seht wohlgemut aus. Ich vertraue euch. Habt ihr den Umhang, um den ich euch bat? Ja, Dorf ist ein und durchgescheuert. Euch erscheint immer noch gut brauchbar zu sein. Ja, Dorf frage mich, was ich dafür verlangen sollte. Nein, nehmen wir das Erste. Ich bin euch anfangs dankbar, doch auch traurig, dass ich nichts habe zu geben. Vielleicht gibt es etwas anderes, mit dem ich euch helfen kann. Vielleicht darf ich euch ein paar kleine Fragen stellen, mein Herr. Ein wenig Hintergrund über euch und die euren. Ihr habt nichts, was ich will, das haben wir bereits festgestellt. Erzählt mir über euch selbst. Von mir? Ich fühle mich geschmeichelt, doch da gibt es nicht viel zu sagen. Meine Urgroßmutter kam mit dem Schiffshaus an Land, doch sie lebte nicht sehr lange. Ich wurde geboren, nur einen Katzensprung südlich von hier. Lange nachdem die Bäschen vertrieben wurden. Hier lebe ich nun. Die Geschichten haben wir bewahrt, doch ich würde sagen, dass wir wurden verfälscht durch schlechte Erinnerung und Aberglauben. Grupp gesehen sind wir alle Kinder. Unser Volk ist noch jung. Ah, aber ich habe noch euch gefragt und ihr habt das Thema gewechselt. Seid ihr hier glücklich? Schrecken euch die Gefahren nicht? Ich habe nur genug von eurem Volk gehört. Überraschung habt ihr keine zu bieten, nur ein einfaches Inselvolk. Jung aber, nicht ohne Charme, genau wie ihr. Was ist eure Rolle? Werdet ihr hier hoch geschätzt? Habt ihr schon daran gedacht, wegzugehen? Fortgehen? Daran hatte ich nicht gedacht. Wir sehen so wenig andere, dass es unwichtig ist. Ich weiß nicht. Bitte nehmt meine Entschuldigung an, mein Herr. Was davon wollt ihr hören? Wir kamen vor langer Zeit auf einem Schiffshaus an diesen Ort. Aus einem Gebiet weiter westlich, als der Sonnenuntergang. Die Forscher schlossen sich uns an und wir behisten die Segel. Die alten sprechen von einem großen Sturm, doch einige sagen, dass der Sturm kam von innen. Wir, die wir dazugehören, sollten beseitigt werden und wir bekämpften die Forscher. Viel wurde verloren, doch wir gewannen diese Insel. Wir leben allein und werden von den Bestien bedroht. Doch sind wir niemanden Sklaven und leben in Freiheit. Was meint ihr mit dazugehören? Wer gehört dazu? Mehr gibt es nicht zu sagen. Wenn ihr bleibt, müsst ihr ebenfalls dazugehören. Wir sind ein Volk, das hier lebt. Ein Volk. Ihr seid Außenstehender, ebenso wie die Bestien. Bei ihnen ist es offensichtlicher, doch ich glaube, ihr seid ihnen in manchen Hinsicht ähnlich. Auch unter uns gibt es das Böse, doch wir haben Respekt. Was ist mit dem Schiff passiert? Niemand lebt noch, der könnte erzählen davon. Zeitalter sind vergangen und die Toten schlafen. Geschichten erhalten keine wirklichen Wahrheiten, sie sind nur Symbole. Wir waren gefangen, dann wurden wir befreit. Andere kämpften, doch wir leben und werden stärker. Alles weitere liegt in der Zukunft und die kennt keiner. Was ist mit Baldoran geschehen? Baldoran, der Forscher, der Sachen verschifft und sammelte, der lieber versenkt werden wollte, als frei zu sein. Die Weiten wissen nichts über sein Schicksal. War ihnen alles egal. Was uns betrifft, kann er unter den Bestien leben. Wir sind besser als sie und er. Okay. Ihr habt eine inhaltsreiche Geschichte, selbst wenn sie nur kurz ist. Es hat mir Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ich erzähle, und ich, und ich das erzählen. Vielleicht, vielleicht gibt es eine letzte Aufgabe, wo ich euch bitten sollte. Seid ihr gewählt? Äh, jawohl, mein Herr, wie immer zu diensten. Was wünscht ihr? Nur eine kleine Sache. Kleiner und letzte. Kleiner als die letzte. Ich brauche ein paar einfache Blumen direkt hinter der Mauer. Sie wachsen nur an einigen Stellen und ich finde sie sonderbar bezaubernd. Wie ein paar andere Dinge. Würdet ihr mir bringen, ein oder zwei? Ich benötige sie für etwas Bestimmtes. Ich werde so schnell wie möglich zurückkommen. Bitte tut das, ich werde hier sein. Ähm. Hier ist sehr viel Text. Die Dorfbewohner kamen offenbar vor langer Zeit an diesen Ort. Sie wurden hier ausgesetzt. Sie kamen von weit her aus dem Westen und wurden von den Entdeckern hierher gebracht. Es gab einen schweren Sturm, von dem die Ältesten sagten, dass er von ihnen gekommen sei. Oder so ähnlich. Das wird das mit dem Schamanen gewesen sein. Ihre Leute sollten ausgesetzt werden, da man sie offenbar als Ballast ansah. Sie kämpften und es gelang ihnen zu überleben und sich hier ein Zuhause aufzubauen. Offenbar weiß keiner der heutigen Dorfbewohner so genau, was aus dem Schiff geschah, das sie hierher gebracht hat. Sie waren gefangen, jetzt sind sie frei. Hatte Balduran so eine Art Sklaven an Bord? Balduran war einer der Entdecker, die sie hierher brachten. Er wollte offenbar das Schiff versenken, auf dem sie sich befanden, anstatt sie gehen zu lassen. Sie wissen nicht, was dann mit ihm geschah oder es ist ihnen auch egal. Ich habe mich bereit erklärt, ein paar Blumen für Durlil zu pflücken. Arbeit kann man ja, kann man das ja kaum nennen. Der hätte ich ihm vielleicht sowieso mitgebracht. Ich habe den Eindruck, dass mir der Mann immer mehr ans Herz wächst. Nein, Talisa, hör auf, das ist der Inselkoller, der aus dir spricht. Es macht dir auch nichts aus, dass ich ein Außenseiterin bin. Ich möchte die Blumen haben, die außerhalb der Mauer wachsen, also werde ich mich da mal umsehen. Er möchte die Blumen haben. Ihr seien so anders. Das finde ich aufregend. Ihr habt mir die Blumen gebracht, um die ich gebeten habe, Talisa. Ich warte sehnsüchtig auf sie. Ja, ich habe sie hier, wie ihr gefordert habt. Ich danke euch. Sie sind sie nicht wundervoll? Sie riechen so stark nach, ich weiß nicht, nach was, ich weiß nicht nach was. Diese hier sind geeignet für das, woran ich dachte. Sie sind für euch. Sie wachsen nur an einigen wenigen Stellen, ebenso wie die Freundschaft und andere Sachen auch. Nehmt sie von mir und nehmt diesen Kuss. Ich denke nur Gutes von euch. Ich bin zutiefst gerührt, mein Herr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eine bessere Bezahlung könnte ich mir nicht denken. Aber soll es hier hin? Kommt mit mir, wenn ich gehe und ich werde euch die Welt zeigen. Dieses Gefühl ist an mich vergeudet. Ja, ich habe gewartet in der Hoffnung, dass dabei etwas zu gewinnen wäre. Nein, nach dieser Süße habe ich gesucht und ihr und ich sollten auf diesem Misthaufen von Dorf verschwinden und sammissieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sagt nichts und macht euch bald auf den Weg. Ich muss hier bleiben. Gleichgültig, was ich fühle. Ihr seid Außenstehender. Ihr nicht gehören zu uns und ihr würdet auch nicht dazugehören wollen. Das weiß ich. Ihr wisst es auch. Wenn ihr wünscht, dass ich gehe, werde ich gehen. Es war mir eine Freude, mich mit euch zu unterhalten. Vielleicht seht ihr nun, dass nicht alle Außenseiter Außenstehenden zu fürchten sind. Ich hoffe, einige sind sogar eher charmant. Ich weiß nur, dass wir Freunde bleiben sollten. Komme was volle. Ich habe euch in mein Herz geschlossen und ich werde euch nicht so schnell vergessen. Ihr solltet mich entscheiden lassen, was ich weiß. Ich glaube, ich würde vielleicht gerne hierbleiben oder sogar euch mitnehmen. Die Bauern-Totel hier im Dorf. Nein, das sagen wir auch lieber nicht. Oh nein, ihr könnt nicht einfach solche Dinge sagen und mich dann fortschicken. Höfliche Manieren hin und her. Ich lasse mich nicht so einfach beiseite schieben. Übler Verführer. Nein. Wenn ihr es wünscht, dann gehe ich. Ihr wisst gut zu schmeicheln mit Worten. Vielleicht ein anderes Mal. Nein, ein anderes Mal wären die Dinge die gleichen. Geht, begleitet von meinen Gedanken und lasst es euch gut gehen. Als ich mit einem Lächeln Blumen überreichte, wurde ich mit einem Kuss belohnt. Okay, das wollte wir eigentlich nicht so toll wissen. Trotz seiner Zuneigung zu mir war Duhl verblüft, als ich ihm bat, mit mir vorzugehen. Nicht so sehr, weil ich gefragt habe, sondern eher, weil er es erwogen hat. Wir kommen immer aus unterschiedlichen Welten, wie man so schön sagt. Er wird mir ein Freund unter Fremden bleiben. Ja, besser ist das. So, jetzt sammle ich aber mal wieder die Truppe. Wir sind jetzt... Wir haben die Trollkirchen behalten dürfen. Okay. Jetzt haben wir noch die drei Sachen abzugeben, aber das machen wir erst in der nächsten Aufnahme-Session. Ich speichere erst mal wieder. Warte, guck mal kurz, ob alle versammelt sind. Ja, sind sie. Also speichere ich. LP040. Wir nähern uns langsam dem Ende. Wir haben nämlich jetzt nur noch wirklich, wenn wir von der Wehrwolfsinsel runter sind. Dulax Turm übrigens. Und dann eben das große Finale von Sarivoc. Ja, viel haben wir nicht mehr. Also speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.